DART ist für mich Hobby und Leidenschaft zugleich. Ich habe nie DART gespielt, bis es hier so losging, wie es angefangen hat. Das hat mich komplett überrannt. Ich fand das klasse. Alleine auch, weil von vornherein die Gemeinschaft so da war, wie sie jetzt ist. Es gibt kaum etwas, was ich nach meiner Arbeit mehr tue als DARTen und Schlafen und vielleicht Essen, würden einige Leute noch sagen, aber das sieht man nicht in meiner schlanken Form. Christoph Barkmann ist Spatenleiter bei den Flying Bulldogs. Was er und die anderen Mitglieder hier spielen, nennt sich Steeldart. Im Sinne des Spiels ist es, 501 Punkte mit weniger Darts als der Gegner auszumachen. Das ist die kürzeste Erklärung. Traditionell wird im Spielmodus 501 Doppelout gespielt. Das bedeutet, man muss seine Restpunktzahl mit einem der Doppelfelder, die im Außenkranz des Dartboards zu finden sind, beenden. Ausmachen im traditionellen Jargon. Als Beispiel, wenn ich 40 Punkte habe und ich bin dran, habe meine drei Darts auf der Hand und ich versenke den ersten in der Doppel 20, habe ich das Spiel gewonnen. Früher als Kneipensport bezeichnet, ist Dart längst zu einem Trendsport geworden. Und mit einer Kneipe hat das Vereinsheim der Flying Bulldogs auch wenig zu tun. So wie wir den betreiben, betreibt ihn eigentlich jeder im Dartverband dieser Ems, den wir angehören. Es wird immer in Spielstätten, Vereinsheimen gespielt, ganz, ganz selten nur noch in Kneipen oder Hinterräumen von Kneipen, die dementsprechend groß sind. Es wird nicht geraucht, größtenteils an unseren Spielstätten, wo wir spielen, im Verband. Holger Haas gehört mit 70 zu den ältesten Mitgliedern. Für ihn ist es eine schöne Abwechslung, im Vereinsheim zu sein. Ich bin Rentner und wenn man den ganzen Tag nur zu Hause rumhockt und so, ist das dann so zweimal eine Woche oder die Ligaspiele so in der Woche oder am Wochenende. Das ist eine Abwechslung. Man kommt mal raus und man hat Spaß und mehr will man ja auch gar nicht. Und Maria Siebert ist gerne hier, um aus der gewohnten Umgebung auch mal rauszukommen. Mein Mann, der hat als erstes gespielt und ich habe gerade ein Kind bekommen. Und dann habe ich gesagt, ein bisschen raus wäre schon ganz schön. Und dann haben mein Mann und ich angefangen, da zu spielen als Paar Sport. Die Flying Bulldogs Bramstedt sind seit 2017 Teil des Sportvereins TSV Bramstedt und haben 26 aktive Mitglieder. Das ist ein Teamsport. Das ist ein vierer Team. Also ein Team besteht aus mindestens vier Spielern plus vier Satzspieler. Also man kann mit acht Leuten anreisen. Es werden vier Einzel gespielt, zwei Doppel und dann wieder vier Einzel und zwei Doppel, sodass man nachher auf theoretisch zwölf Spiele kommt. Für das Spiel hat jeder sein eigenes Equipment, also eigene Dartpfeile. Und die Ergebnisse werden mit einem Tablet festgehalten. Aber warum eigentlich Flying Bulldogs, also fliegende Bulldoggen? Das Bramstedt hat neben der Jakobusmuschel drei Hunde. Im Wappen. Und auf Wikipedia sind das Rottweiler. Nun passt aber ja Bramstedt-Rottweiler. Passt jetzt nicht so richtig. Und naja, es klang dann besser Bramstedt-Bulldogs. Und als wir dann 2016 hier Dart gestartet haben und haben hier gebaut und 2017 haben wir hier angefangen, brauchten wir auch einen Namen, als wir in den Spielbetrieb gingen. Und dann war das eigentlich mehr ein Gag, dass wir sagen, wir haben die Bramstedt-Bulldogs, wir werfen Pfeile, die fliegen. Also nennen wir uns Flying Bulldogs. Christoph Barkmann spielt inzwischen sogar so erfolgreich, dass er in den Bundeskader aufgenommen wurde und an deutschen und internationalen Meisterschaften teilnimmt. Und auch wenn er immer wieder zu Turnieren in andere Regionen unterwegs ist, ganz besonders wohl fühlt er sich hier im Vereinsheim der Flying Bulldogs. Ein cooler Verein, oder? Noch mehr davon findet ihr hier auf dem RTL Nord YouTube-Channel oder ihr schaut einfach mal auf dem Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Da findet ihr alle aktuellen Ausgaben unseres TV-Regionalmagazins RTL Nord.